Musik Hermann Gassner Junior, das erste Mal im Hyundai i20 R5. Hermann, was sind die Erwartungen für das Wochenende? Ja, da sich meine Kilometer noch fast im einstelligen Bereich halten mit dem Auto, werden wir mal gemächlich anfangen. Schöckdown war gestern ganz okay, jetzt schauen wir mal, wie es heute läuft und dann haben wir morgen auch noch einen langen Tag. Das Auto ist ja ziemlich einlastig in Gassner Motorsport beklebt. Ist es jetzt nur ein einmaliger Einsatz oder ist es mehr geplant? Ja, geplant wäre schon mehr, leider lässt das Finanzielle aktuell nicht mehr zu, wir werden mal schauen. Ziel wäre natürlich noch die drei Städte zu fahren, eine Heimrallye und wir werden sehen. Schöckdown Untertitelung des ZDF, 2020